Ihr verschenkt Potenzial, Landfluch ist hier ein Thema, das lief nicht optimal, das war mal eure Wähler. Ihr habt jetzt hier die Wahl, wir sind nicht eure Gegner, wir geben euch die Hand und bereuen das nicht später. Ein Gleis für unsere Zukunft, ewig am Bau, zu wenig Vertrauen, viel zu viel Warterei, nichts passiert, zu wenig Glauben. Der Anfang ist gemacht, ich drücke auf Start und viel mehr muss her, aber bitte kein Chaos, BER, verdammt. Gebt uns ne Zukunft, gebt uns ne Perspektive, gebt uns endlich Halt, zeigt bitte, bitte, bitte auch mal Herz, zeigt nicht wie immer so bitterkalt. Ohne das wird's unser Leben von Menschen und Familien mit zerbrochenen Existenzen, kein Halt ohne Grenzen, werden Mittel verschenkt. Aus unseren Händen wird unser Geld hier genommen, dass wir uns so hart erkämpfen, zusammengestritten und vereinbart mit allen. Unser Lohn zugesichert vom Staat für unsere Transformation. Gebt uns ne Zukunft, gebt uns ne Perspektive, gebt uns endlich Halt. Vertraut der Jugend, wir nehmen gern Gestalt für unsere Lausitz, für die Mädels und Jungs. Gebt uns ne Zukunft, gebt uns ne Perspektive, gebt uns Industriearbeitsplätze, gewerkschaftlich gesichert. Neue Infrastruktur, nicht geflickt und nicht gelöchert. Unsere Fördermittel, nicht im Drittel, nicht im Viertel. Wir wollen doch mehr sein, als ein Berliner Speck. Gürtelanerkennung verdient, liefern seit jeher Energie. Kompetenzen vorhanden, die Fachkräfte sind hier, sind Teil der Lösung und sind nicht das Problem. Die Frage ist, ob und wann werdet ihr es verstehen.